Dureco ist das Versorgungsschiff der Schweizer Wirtschaft. Wir beliefern die KMU und die Grosskunden mit Verbrauchsmaterial für einen Arbeitsplatz. Hier in Dintiken betreiben wir das nationale Logistikzentrum für unsere Schweizer Kunden. Täglich verlassen rund 7'000 Pakete das Center und um diese zu produzieren und herzustellen, brauchen wir den Strom für die Fördertechnik, Geräte, Maschinen und auch für das Licht der Hallen. Zusätzlich werden wir nächstes Jahr über 30 E-Wands im Einsatz haben für die Auslieferung und auch diese E-Wands werden den Solarstrom entsprechend beziehen. Der erste Vorteil ist, dass wir grundsätzlich primär den Solarstrom für unseren eigenen Nutzer beziehen und auch so brauchen. Das supportet unsere Nachhaltigkeitsstrategie zu 100%. Der zweite Vorteil ist, dass wir keine Investitionen tätigen müssen. Wir können das Geld für unsere Kernaufgaben verwenden. Und der dritte Vorteil ist, dass der Betrieb und der Unterhalt der Anlage wird von der Rum & Energy gemacht, sichergestellt und wir müssen so keine Expertise aufbauen. Wir haben uns für die Rum & Energy entschieden, weil das Preis-Leistungs-Angebot am besten war. Und der zweite Grund ist auch, dass Rum & Energy uns als Ersten kontaktiert hat mit dem Modell. Und somit haben wir relativ schnell auch das Vertrauen gehabt und gesehen, dass die Firma sehr professionell unterwegs ist. Zusammenarbeit mit Rum & Energy Zusammenarbeit mit Rum & Energy haben wir als sehr professionell und sehr gut erlebt. Wir planen weitere Massnahmen. Eine wird sein, als Daueraufgabe den Energiebedarf einfach generell zu senken, wo es nur geht. Und auf der anderen Seite werden wir aber auch einen Mehrbedarf haben, weil wir unsere Kleinfahrzeuge, Auslieferflotte werden mehr und mehr auf batteriebetriebene 3,5 Toner umstellen. Abonniert Wiki